So meine Lieben, hier ist dann nochmal die heiße Quelle von Nahem, von ganz Nahem. Da war auch eine Plattform vorher. Die Quelle hat sich die schon erobert. Das heißt, die Plattform ist in sich zusammengestürzt. Und das Schicksal wird auch diese Plattform irgendwann wahrscheinlich ereilen, weil die Quelle wird größer, die breitet sich aus. Und das ist wirklich ein Schauspiel. Es ist fantastisch. Es ist einfach toll. Diese ganzen Schwefel- und Eisenablagerungen hier durch die Hitze, durch die warme Quelle. Es ist fantastisch. Die Hexe habe ich nicht gesehen. Aber vielleicht erkennt ihr ja was im Rauch. Man kann es ja nie wissen. Ich werde es euch einmal filmen. Schaut es euch ganz deutlich an. Vielleicht seht ihr ja die Hexe irgendwo. Schreibt es mir dann gerne in die Kommentare. Es würde mich schon interessieren. Küsschen aufs Schnüsschen. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Malgungen zu parentheses. Bis bald. Am~~~ D